Auch die Serie A ist mittlerweile zu Ende in der Saison 22-23 und auch hier gibt es natürlich noch meine Reaktion auf meine Prognose von vor der Saison, wo ich dann einfach so ein bisschen vergleiche, wer auf welchem Platz tatsächlich gelandet ist und was ich da getippt habe vor der Saison, dann einfach so ein bisschen die Differenz ausrechne. Ich glaube Serie A habe ich ehrlich gesagt ein recht gutes Gefühl, dennoch weiß ich natürlich nicht mehr ganz, was ich getippt habe, aber von der Tendenze habe ich eher ein gutes Gefühl und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir beginnen wie gewohnt von ganz hinten und gehen dann nach vorne und auf Platz 20 habe ich Lecce, die nach dem Aufstieg als souveräner Meister den ein oder anderen Leistungsträger verloren haben, den Kader über Laien und kostengünstige Transfers zwar erweitert haben, aber ich sehe in der Mannschaft eigentlich fast niemanden, der qualitativ das Niveau für die 1. Liga hat, vor allem in der Defensive nicht und daher sind sie für mich klar Letzter. Naja, also Lecce, ja ich glaube das haben viele so gesehen, sie wurden am Ende 16er, sie hatten die Qualität in der Defensive mit Umtiti und Bajiroto, zudem Top-Talent und Kapitän Julemand und dann letztendlich recht souverän die Klasse gehalten, sind dann letztendlich schon 4 Punkte Unterschied zwischen Tipp und Realität. Ja, war eine kleine Fehleinschätzung. Auf Platz 19 sehe ich dann Empoli, die letzte Saison eine schwache Rückrunde gespielt haben, der neue Trainer ist jetzt Paolo Zanetti, der zuvor bei Venedig war, die ja bekanntlich auch abgestiegen sind. Der Kader wurde mit Marien und Vicario von Cagliari verstärkt, dennoch hat man Viti an Nizza, Aslani an Inter und Ricky an Turin verkaufen müssen und daher sind die für mich auf jeden Fall im Abstiegskampf und laut meiner Prognose auch einer der Absteiger, auch weil man jetzt in das schwierige zweite Jahr in der Liga kommt. Ja, ich habe die guten Transfers genannt mit Marien und Vicario, aber sie haben es tatsächlich noch souveräner wie Lecce gepackt worden, 14er, dementsprechend 5 Punkte bzw. 5 Plätze Differenz, haben mich auf jeden Fall schon so ein bisschen überrascht. Nach der letzten Saison erwischt es nun auch laut meiner Prognose den nächsten Verein aus Genua, nämlich Sampdoria Genua, die auf meinem Platz 18 sind und somit auch absteigen würden. Der aktuelle Trainer ist seit Januar im Amt und in der Rückrunde holte man nur 16 Punkte aus 19 Spielen, was jetzt nicht so viel ist und auch vom Kader her hat man sich nicht verbessert. Torsby wurde zum Beispiel verkauft und niemand wirklich Nennenswertes wurde verpflichtet im Gegenzug und daher wird man auf jeden Fall wieder unten drin sein. Vor allem sind im Kader viele Spieler auch weit über ihrem Zenit, wie ich finde. Ja, das ist ein guter Tipp. Es sind dann trotzdem zwei Unterschiede, weil sie sind kläglich abgeschieden als letzter mit nur 19 Punkten. Dennoch finde ich eine gute Einschätzung und ein guter Tipp, auf den ich stolz sein kann, weil die hatten glaube ich nicht alle als Absteiger auf dem Zettel. Auf Platz 17 sehe ich Cremonese. Die wurden Zweiter in der Serie B und sind somit natürlich aufgestiegen. Sie haben jetzt einen neuen Trainer ohne Erstliga-Erfahrung. Der Kader wurde aber extrem gut verstärkt mit Askasiba, Okarieke, Radu fürs Tor, der Inter letztes Jahr zwar die Vizemeisterschaft verschuldete, aber grundsätzlich ein guter Torwart ist. Zudem konnte man viele talentierte Spieler holen, wie zum Beispiel Aiwou aus Österreich. Mit Chiri Jess hat man sich auch Serie A-Erfahrung hinzugeholt, auch wenn es daran immer noch so ein bisschen im Kader mangelt. Aber den absoluten Top-Transfer konnte man jetzt gerade erst landen mit Cyril Dessas als neuem Stürmer, über den ich ja auch schon beim Haller-Ersatz-Video ausführlicher gesprochen habe. Alles in allem wird es auf jeden Fall Abstiegskampf für Cremonese geben, aber ich traue ihnen den knappen Klassenerhalt auf jeden Fall zu. Cremona, naja, also ich habe sie echt gefeiert, haben einen guten Kader zusammengehabt. Problem war halt die Hinrunde, wo man verkackt hat. Im Pokal ist man bis ins Halbfinale tatsächlich und war generell ein Favoriten-Schreck, auch in der Liga dann zum Ende hin, aber es kam halt alles zu spät und man ist dann leider als 19er abgestiegen. Ja, passiert. Es sind letztendlich aber auch nur zwei Plätze Unterschied. Einen Platz weiter auf Platz 16 sehe ich dann Salernitana. Nach der sensationellen Rettung letztes Jahr kann man jetzt erneut Erstliga-Fußball in der Stadt Amherr sehen. Trainer Davide Nikola sehe ich aber eher so als eine Art Retter an, ähnlich wie in Deutschland zum Beispiel Gisdol. Und so wird es nun in der zweiten Saison nicht ganz so gut weitergehen, wie es davor aufgehört hat, sonst würde man ja um Europa mitspielen. Transfertechnisch hat man sich trotz des Ederson-Abgangs für 21 Millionen Euro in der Breite verbessert, unter anderem mit Lovato, Brotheim und auch noch weiteren Spielern. Ja, Salernitana, echt, ja, ist ein guter Guess, muss ich zugeben. In echt wurden sie 15er, ich habe sie auf 16. Passt eigentlich auch, so wie ich es gesagt habe und beschrieben habe, recht gut. Spezia sehe ich auf Platz 15. Die Mannschaft wurde größtenteils zusammengehalten. Den neuen Trainer Luca Gotti halte ich auch für gut. Und die Mannschaft wurde erneut gut verstärkt, auch für die Zukunft. Und daher denke ich, dass man sich weiter in der Liga etablieren kann. Spezia war letztendlich 17er, auch wenn sie abgestiegen sind in dem Relegationsspiel gegen Verona, die eben 18er waren. Da gibt es ja die Regel, wenn die punktgleich sind, dass die halt gegeneinander spielen müssen, wenn die 17er bzw. 18er sind. Dennoch waren sie halt eben in der Abschlusstabelle 17er. Deshalb zwei Punkte Differenz, weil sie hatten halt eben bei Punktgleichheit den direkten Vergleich gewonnen. Und danach sind sie in der Tabelle 17er gewesen, laut Serie A-Regeln. Deswegen rechne ich das jetzt hier einfach mal so. Und von der Prediction her habe ich es eigentlich ganz gut getroffen. Haben dann ein bisschen mehr enttäuscht letztendlich, trotz der starken Leistungen von einem Enzola zum Beispiel. Bei Udinese Calcio, die ich auf Platz 14 einordne, ist Strüger Larsen ablösefrei gewechselt. Beto konnte man fest verpflichten und Top-Talent Udoge wurde auch fest verpflichtet für 4 Millionen Euro und wird aber im nächsten Sommer dann direkt für 18 Millionen zu Tottenham wechseln. Der Kader ist also relativ unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Und so wird man auch dieses Jahr mit einem neuen Trainer und weiterhin mit Top-Spieler Dioliofeo im hinteren Tabellemittelfeld spielen. Udinese tatsächlich am Ende nur zwei Unterschiede. Sie wurden 12. und generell war es da im Mittelfeld auch recht eng zum Ende hin. Aber wenn man schaut, die Hinrunde von Udinese teilweise noch um Europa mitgespielt, dann komplett eingebrochen eigentlich. Und von daher, dass der Tipp noch so gut hinkommt, hätte ich lange nicht gedacht. Letztendlich ist es aber so und da bin ich dann doch recht zufrieden. Auf Platz 13 habe ich mit Bologna eine Mannschaft, die ich wirklich sehr gerne mag, mit Spielern wie Moussa Barrow, Nicolas Dominguez, den beiden Deutsch-Italienern Soriano und Sansone, die wie so oft in ihrer Karriere im gleichen Verein spielen. Und eben auch Maiko Arnautovic, der jetzt nach dem geplatzten Wechsel zu United auf jeden Fall Wut im Bauch haben wird und die Liga eventuell zerschießen könnte. Allerdings hat man eben auch zwei Top-Talente, die eben schon absolute Leistungsträger waren, in Person von Teat und Hiki für viel Geld verkaufen müssen und vergleichsweise nicht ganz so gut ersetzen können. Bologna, ja, letztendlich konnte ich den Trainerwechsel ja nicht ahnen. Thiago Motta kam und hat sie letztendlich auf Platz 9 geführt. Echt richtig gute Arbeit von ihm. Wird ja jetzt auch bei PSG gehandelt. Und da habe ich so ein bisschen das Ganze unterschätzt, aber konnte natürlich auch nicht mit dem Trainerwechsel rechnen. Generell ist es halt, wie gesagt, recht eng im Mittelfeld. Vier Plätze Unterschied. Hellas Verona ist mein Platz 12. Neutrainer Gabriele Cioffi hatte zur letzten Rückrunde Udinese Calcio übernommen und mit denen wirklich eine gute zweite Halbserie gespielt und bekommt nun den Kader von Hellas an die Hand, der vermeintlich schon ein bisschen talentierter und besser ist. Der Kader ist auch gut, vieles ist zusammengeblieben. Allerdings sieht es jetzt bei Top-Stürmer Giovanni Simeone derzeit so aus, als würde er noch zu Neapel wechseln. Mit Tomar Ori hat man auf jeden Fall schon einen schlauen Transfer getätigt, über den ich auch schon mal in einem Video gesprochen habe, der ihn aber nur im Ansatz ersetzen kann. Hellas Verona, sie sind nicht abgestiegen, weil sie eben das Abstiegsspiel gegen Spezia gewonnen haben. Dennoch war es natürlich eine sehr enttäuschende Saison. In der Rückrunde dennoch nochmal gefangen, weil die Hinrunde war katastrophal. Letztendlich den Abstieg nochmal abgewendet, aber Platz 18 und 12 ist natürlich trotzdem eine krasse Differenz. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, wenige haben kommen sehen, dass sie so reinscheißen werden, nachdem ja Igor Tudor als Trainer zu Marseille gegangen ist. Auf Platz 11 habe ich dann wirklich einen interessanten Verein, über den es viel zu sagen gibt, mit AC Monza. Der Verein von Politiker und Investor Berlusconi wurde in der Vorsaison vierter in der zweiten Liga und ist dann letztendlich über die Aufstiegsspiele aufgestiegen. Durch den Geldgeber steckt man sich gleich hohe Ziele in der ersten Saison in der ersten Liga und so heißt es, dass man in der Debütsaison in Italiens Oberhaus direkt mal in der Top Ten landen möchte. Dazu hat man auf dem Transfermarkt richtig angegriffen. Man hat viel Qualität und noch Serie A Erfahrung verpflichtet, entweder per Laie oder für eine geringe Ablöse. So holte man sich Marlon als Innenverteidiger von Donetsk, Kranjo fürs Tor, Sensi, Pessina, Pablo Marie, Petagna, Cabrari und noch viele weitere qualitativ hochwertige Spieler. Die Kaderqualität für die Top Ten ist jetzt auf jeden Fall da. Nun muss man es halt auch noch auf den Platz bringen und sich miteinander einspielen. Ich denke, ein Platz um Rang 10 ist realistisch und habe es jetzt mal auf Platz 11 getippt. Aber wenn alles perfekt läuft, brauche ich Ihnen auch einen Angriff auf Europa zu, getragen durch die Aufstiegseuphorie. Ähnlich wie man es in der ersten Bundesliga-Saison von Leipzig gesehen hat, nur jetzt nicht ganz so krass mit Platz 2. Letztendlich so gut sind sie dann auch nicht aufgestellt. Monza, Punktlandung. Habe ich auf 11. Ich dachte ehrlich gesagt, die ganze Saison über, ich hatte sie auf 10 gepackt. Aber das war glaube ich das Ganze mit der Top 10, wie ich es ja gerade gesagt habe, was ich im Kopf hatte. Und tatsächlich eine Punktlandung, perfekt beschrieben auch eigentlich. Die Saison ist genauso abgelaufen. Nice. In der goldenen Mitte auf Platz 10 habe ich den FC Turin. Der Abgang von Bremer zu Juve wiegt natürlich schwer, aber ansonsten konnte man sich über Laian mit Lazaro, Mirancuk und Vlasic gute Spieler angeln und auch Top-Talent Riki verpflichten. Belotti ist jetzt zwar weg, aber ich glaube Sanabria kann eventuell in seine Fußstapfen treten, die ja gar nicht mal so groß sind, wie man es zu Beginn seiner Karriere erwartete. Turin auch eine Punktlandung. WTF einfach 11 und 10 richtig und davor bis jetzt nichts? Krass. Ich habe es auch gut gesagt, ich kann gar nicht mehr viel ergänzen. Nächste kann keine Punktlandung werden, weil auf 9 war ein echt Bologna, aber mal schauen. Nach der letzten Saison, in der man 7. wurde und somit nun höchstwahrscheinlich in der Conference League spielen wird, hat man den Kader bei der AC Florenz gut verstärkt für die Doppelbelastung. Jovic wurde geholt und bis jetzt sieht es echt so aus, als könnte er funktionieren bei Florenz. Auch Dodo von Donetsk und Mandragora von Juventus wurden geholt, was den Kader qualitativ und auch vor allem in der Breite verbessert. Zudem wurde die Torwartfrage mit Gollini gelöst, aber ich glaube dennoch, dass man so seine Schwierigkeiten mit der Doppelbelastung haben wird und am Ende so auf Platz 9 eintrudeln wird, auch wenn man wieder um Platz 7 rum mitspielen wird. Ja, Platz 7 mitgespielt hat man nicht, aber man war halt eben im Conference League Finale, hat er leider verloren, ebenso wie das Pokalfinale. Letztendlich habe ich sie auf 9, in echt waren sie 8 da, also eigentlich ein guter Tipp, gute Tendenz. Als nächstes kommt 8, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich da Sassuolo, die fehlen hier ja auch noch und das wäre nicht gut, aber ja. Sassuolo, Calcio ist mein Platz 8. Die gehen nämlich in das zweite Jahr mit dem Trainer, der Großteil der Mannschaft ist eingespielt, denn nur Scamacca hat den Verein von den wichtigen Spielern verlassen. Drei der überragenden vier Offensiven aus der Vorsaison sind also noch da mit Berardi, Raspadori und Amet Rauré, wobei Raspadori noch zu Neapel gehen könnte, da muss man jetzt mal schauen, was noch so passiert. Mit Pinamonti hat man auf jeden Fall einen ähnlichen Spieler als Scamacca-Ersatz verpflichtet, auch wenn dieser spielerisch limitierter ist und noch geschliffen werden muss zu einem Top-Stürmer. Alles in allem kann die Mannschaft, denke ich, an die Vorsaison anknüpfen und vielleicht ein bisschen an Europa schnuppern. Nein, konnten sie überhaupt nicht. Sie haben eher untenrum mitgemacht und wurden letztendlich 13 da. Hat mich auf jeden Fall sehr enttäuscht, hätte ich mir deutlich mehr erhofft. Vielleicht war 8 ein bisschen zu hoch gegriffen, aber 13 ist auch ehrlich gesagt viel zu niedrig für die Qualität, die sie haben. Auch wenn es natürlich eng ist hier im Mittelfeld. Kommen wir also zur Top-7. Ich glaube, ich kann mich schon noch grob erinnern, wie ich sie hatte. Und ich glaube, in der Top-7 bin ich sogar eher falsch, was jetzt innerhalb der Top-7 die Mannschaften betrifft, wie die anderen, die man hier alle gesehen hat bis jetzt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Auf Rang 7 sehe ich dann Lazio Rom. Man hat mit Luis Felipe einen sehr wichtigen Spieler ablösefrei verloren und mit Romagnoli auch gut ersetzt, aber dies stellt dennoch eine kleine Schwächung dar. Zudem hat man mit Luis Maximiano mit den besten Torwart der Vorsaison aus der spanischen La Liga geholt. Mir gefällt auf jeden Fall die klare Spielidee von ihnen unter Sarri mit den offensiven Außenverteidigern, den inversen Flügeln und den starken Achtern mit Milinkovic-Savic und Luis Alberto. Die Qualität in der Breite ist jetzt nicht die höchste. Dennoch würde ich ihnen auf jeden Fall mehr als Platz 7 zutrauen, aber den Vereinen davor halt auch allen. Also ja, sie wurden Zweiter, haben viel besser performt, wobei ich sagen muss, sie haben dafür halt eben europäisch reingeschissen. Hätten sie europäisch mehr gerissen, dann wären sie auch in der Liga vielleicht tiefer gelandet, was die Platzierung angeht. Des Weiteren, Luis Maximiano, leider das komische Schicksal gehabt. Ich habe es dir ja schon mal erzählt auf dem Kanal. Erstes Spiel, direkt rote Karte nach vier Minuten oder so. Dann kommt Provedel, spielt eine überragende Saison und seit dem Spiel dann nicht mehr. Ist schade, dennoch Lazio viel besser, wie ich es erwartet hätte. Und naja, Respekt. Der Verein, der direkt vor ihnen landen wird, laut meiner Prognose, ist Neapel auf Platz 6. Nachdem man ja im Vorjahr ziemlich lange im Rennen um die Meisterschaft dabei war, hat man nun Leistungsträger verloren mit Insigne und auch mit Koulibaly zu Chelsea. Im Gegenzug konnte man mit Kim, Östiger, Quaraccheglia und Oliveira einige vielversprechende Spieler holen, bei denen aber fraglich ist, welchen Impact sie direkt haben können. Petania wurde abgegeben und somit hat man keinen richtigen Stoßstürmer mehr gegen tiefstehende Gegner zur Verfügung, nur noch Oshimen, den ich teilweise für overrated halte, weil er in den Spielen gegen Topklubs oft nicht liefert. Außerdem ist halt noch ungewiss, ob Fabian Huys noch wechselt, beziehungsweise ob man Keila Navas holen kann. Scheiße, Mann, was habe ich da erzählt, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Erstmal der Tipp nur auf 6, sie wurden sensationell Meister unter Spalletti und dann halte ich Oshimen für overrated, was ich damals aber echt überzeugt war. Und auch, ja, das war damals einfach so, dann muss man aber halt einfach sagen, dass er diese Saison auch mich überzeugen konnte. Natürlich, überragende Saison. Scheiß Prognose, kann ich mich nicht eig rausreden. Juve, Juve, Juve. Mein Platz 5, Juventus Turin. Ich verstehe den Kader einfach von vorne bis hinten nicht. Man denkt, man hat einen Sechser, aber weder Zakaria noch Locatelli sind für mich reine Sechser. Rabiot, Arthur sind beide nicht zu gebrauchen. Dann holt man jetzt Kostic und die Frage ist, wie will Allegri überhaupt spielen? Kostic ist mit Abstand am besten als Ringback, aber der Kader passt halt einfach nicht für eine Dreierkette, weil man viel zu wenig Innenverteidiger hat. Aber dann, wenn man dennoch spielen würde, hätte man viel zu viele Mittelfeldspieler und auch Offensivspieler. Dann verkauft man jetzt Delift ohne Zwang und auch die Verpflichtung von Pogba verstehe ich nicht. Denn so gern ich ihn wieder in seiner Prime sehen würde, wirft man da doch nur viel Geld für das Gehalt eines Dauerverletzten raus. Und ich glaube nicht, dass er nochmal an die Leistung rankommen wird aus seiner ersten Zeit bei Juve. Aber nichtsdestotrotz ist die Qualität natürlich da mit einem Flarovic und jetzt auch mit Di Maria und Bremer, der letzte Saison wirklich einer der besten Innenverteidiger der Liga war. Und so wird man irgendwie mit nicht ansehnlichem Fußball um Platz 4 mitspielen. Aber laut meiner Prognose, die Champions League dann tatsächlich verpassen und auf Platz 5 landen. Ja, das ist jetzt schwierig zu beurteilen mit dem Punktabzug. Mit den 10 Punkten wären sie tatsächlich Dritter bzw. Vierter. Weiß nicht, wer gegen Inter, wie sie da den direkten Vergleich gespielt haben. Juve hat dennoch enttäuscht und das habe ich eigentlich gut prognostiziert. Auch, dass Pogba leider keinen Fuß mehr auf dem Platz wirklich bekommt. Eigentlich eine gute Prognose. Letztendlich sind es zwei Plätze nach hinten, ein Unterschied. Aber das Ganze ist halt schon eine kuriose Situation. Deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen und einschätzen. Atalanta, Bergamo ist noch übrig und landet auf Platz 4, laut meiner Prognose. Nach der letzten Hinrunde, also letzte Saison, war man auch Vierter. Nach der Saison dann letztendlich aber Achter. Und so spielt man das erste Mal seit langem mal wieder nicht europäisch. Doch der Kader wurde, was die Stammspieler angeht, zusammengehalten bis auf Freuler, den man aber gut mit Talent Ederson ersetzen konnte, der die Liga ja aus einer halben Saison bei Salanitana kennt. Zudem konnte man Lugman verpflichten und sogar Demiral und Boga nach deren Laienfest verpflichten. Vielleicht springe ich da ein bisschen zu sehr auf den Hypetrain bei Atalanta mit Rang 4, da ich den Kader halt sehr interessant finde mit Talenten wie Scalvini, aber auch gestandenen Spielern wie Malinowski, denen ich halt einfach wirklich sehr gerne zuschaue. Aber durch die nicht vorhandene Doppelbelastung in dieser kräftezehrenden Saison wird man denke ich auf jeden Fall vorne mitspielen. Und ja, vielleicht Rang 4. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Atalanta wurde letztendlich Fünfter. Sechs Punkte Unterschied zu Platz 4. Dennoch von der Platzierung her knapp dran. Ja, sie haben ein bisschen nicht ganz so stark performt, dass es für Platz 4 hätte reichen dürfen, weil da waren auch viele glückliche Siege und so weiter dabei. Aber vom Kader her letztendlich glaube ich recht gut da wo sie sind und auch die Prognose war recht gut würde ich sagen. Ein bisschen überschätzt, aber passt denke ich. Auf Platz 3 habe ich die Roma. Die Mannschaft von Trainer Mourinho wurde ja nach dem Sieg der ersten Conference League weiter verstärkt. Man konnte Dybala Ablöse frei holen, Celik von Lille, Matic und jetzt auch noch Wijnaldum ausleihen. Die Transfers werden gerade auf jeden Fall sehr hoch gehypt, wobei ich da nicht ganz mitgehe, denn zum Beispiel ein Wijnaldum ist nicht so stark, wie ihn viele sehen und er muss in einer spezifischen Rolle eingesetzt werden, so wie damals bei Liverpool, da er halt extreme Defensivschwächen aufweist. Auch Mkhitaryan hat man als wichtigen Spieler abgegeben. Warum ich sie dennoch auf Rang 3 habe, wenn ich die Transfers nicht so gut sehe, ist, dass ich den vorhandenen Kader schon extrem gut finde. So wäre man letzte Saison schon förder geworden, wenn es nach Expected Points gehen würde und der Kader ist halt auch einfach geil mit Spielern wie Abraham, Spinazzola, Pellegrini und auch vielen guten Talenten, wie zum Beispiel Zalewski. Ja, die Roma unter Mourinho, Europa League Finale verloren, in der Liga ein bisschen underperformed, auf Platz 6 am Ende. Ich hätte sie auf 3 gesehen, ist ein bisschen überschätzt, aber man muss halt auch sehen, Lazio und Neapel, die ich tiefer hatte, die haben halt extrem gut performt und da muss halt natürlich jemanden weiter nach hinten. Die Roma so mit 3 Plätze Unterschied zwischen Realität und Prognose. Ihr wisst ja übrigens, die beiden Mailänder Vereine. Jetzt ist die Frage, wer wird Meister? Ich habe mich auf Platz 2 für AC Mailand entschieden. Transfertechnisch musste der Meister nämlich Cassier abgeben. Verpflichten konnte man im Gegenzug Divock Origi, Charles de Quetelare und Adli ist von seiner Laie zu Bordeaux zurück. Man wird auf jeden Fall wieder um die Meisterschaft kämpfen, aber dieses Mal denke ich nur Zweiter werden, auch da man letztes Jahr seine Expected Points extrem überperformed hat. Sowas habe ich selten gesehen und es ist halt auch fraglich, inwiefern man diese Saison halten kann. Milan auf 2, sie wurden Vierter, hatten einen guten Champions League Run, hatten aber viele italienische Mannschaften, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen zu hoch eingeschätzt, aber gleiches Thema wie bei Rom gerade, nur dass Milan halt an sich schon noch ein Stück besser war und dann halt Vierter wurde. Auf Platz 1, der Meister laut meiner Prognose in der Serie A, ist somit Inter Mailand. Der Kader ist eigentlich relativ gleich wie im Vorjahr, es wurde nur Perisic abgegeben, den man aber intern schon gut mit Gosens ersetzen konnte. Ansonsten hat man noch zusätzlich Talent Aslani, Mkhitaryan und natürlich auch Romelu Lukaku dazugeholt, bei dem ich aber so ein bisschen meine Zweifel habe, ob er unter Inzaghi an seine letzte Intersaison anknüpfen kann, da das System halt nicht ganz so perfekt zu seinen Stärken passt, wie das damals unter Konte der Fall war. Dennoch hat man ja Dzeko immer noch als Notlösung da und ich glaube, dass die Kaderqualität auch einfach viel höher ist als die vom AC Mailand, die sich halt letzte Saison so ein bisschen in den Rausch gespielt haben und so denke ich, dass dieses Jahr wieder Inter Meister werden wird, auch wenn mein Mailand-Herz eher für den Rivalen, also rot schlägt. Ja, ja, Inter haben eine schlechte Hinrunde gespielt, Anfang der Rückrunde war auch scheiße, dann haben sie sich komplett gefangen, haben in der Liga stark performt, in der Champions League haben sie sich auch erst so ein bisschen durchgemogelt, wurden dann aber auch immer stärker und sind dann letztendlich nur knapp im Champions League Finale gescheitert, also von daher hat der Meistertipp jetzt auch nicht so verkehrt, sie wurden ja auch am Ende Dritter, also auch hier ein Zwei-Plätze-Unterschied, im Endeffekt kein wirklich katastrophaler Tipp, ehrlich gesagt. Letztendlich ergibt sich eine Differenz der Plätze, wie ich sie getippt habe und wie sie dann letztendlich eingetroffen sind, von 54, also je niedriger, desto besser und ehrlich gesagt finde ich das echt eine solide Leistung für so eine ausländische Liga. In der Premier League hatte ich beispielsweise 80 Punkte, ist ja auch eine 20-Mannschaft-Liga, da kann man es besser vergleichen. In der zweiten Liga hatte ich zum Beispiel 82, also viel mehr, obwohl das ja nur 18 Mannschaften sind. In der Bundesliga hingegen hatte ich 37, aber da muss man natürlich auch sagen, es sind auch nur 18 Mannschaften, also meine Serie A-Expertise tatsächlich fast auf einem ähnlichen Niveau, wenn man es umrechnen würde, wie in der Bundesliga und das finde ich dann doch recht stark am Ende. Ich habe die Top 7 genau richtig, zwar nicht in der Reihenfolge, aber an sich. Ansonsten die größte Differenz war bei Hellas Verona mit 6 Plätzen. Ich hatte zwei Punktlandungen mit Monza und Turin und auch ansonsten war jetzt nicht arg viel komplett verkehrt. Empoli, Sassuolo, Neapel und Lazio hatten jeweils 5 Unterschied. Da lag ich schon ein bisschen daneben, aber ansonsten hatte ich echt gute Calls und habe es glaube ich echt gut analysiert und prognostiziert. Das soweit meine Reaktion auf die Prognose von vor der Saison. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!